Orbital Supermax Episode 7 Gelesen von Cecilia Wings Nyland kannte mal einen Kerl, der von Anfang an auf OSP4 dabei war. Dieser hatte ihm erzählt, dass der einzige Unterschied zwischen der forensischen Psychiatrie und dem Flügel mit den politischen Gefangenen der war, dass die Geisteskranken in Staatshaft für etwas kämpften. Sie hatten nie geplant, dort hinzugehen. Aber als der Aufzug hielt und alle Lichter rot aufleuchteten, brach Wes Morgan die Türen auf. Es stellte sich heraus, dass der Angriff der Novadox den Rumpf aufgerissen hatte. Das Einzige, was sie vom Weltraum trennte, war ein Stück Stahl, das aus einer Wand geschält und unter der Kabine angebracht war. Sie waren im Rumpf und alle konnten das sanfte Zischen der entweichenden Luft wahrnehmen, als sie vorsichtig hinauskletterten. Niemand wollte der Letzte sein, der ausstieg und damit einen Trip in die Schwärze des Alls riskieren. Nyland ließ sie alle raus, bis nur noch Kayla Wyrick und er übrig waren. Auf irgendeine Art und Weise passte es. Sie war seine Therapeutin, die Frau, in deren Obhut er sich begeben hatte, nachdem er seines Ranges enthoben worden war. Sie blickten sich an. Niemand von beiden wollte vor dem anderen die Kabine verlassen. Am Ende war ihre Willenskraft der Nylands überlegen und sie folgte ihm aus dem Schacht. Direkt in den Lauf einer Pistole Die Angreifer trugen wie die meisten aus Nylands Gruppe Gefängnis Orange. Mit dem Unterschied, dass weiße Armbinden mit roten Sonnen ihre Arme umschlossen. Sie hatten sie an der Tür des Aufzugs erwartet und einen nach dem anderen gefangen genommen und entwaffnet. Ihre Beute führten sie nun durch den Gefängnisblock und eine Treppe hinauf. Sie kamen in eine Zentrale, in der überall zerstörte Notepads und Videobildschirme herumlagen, die ursprünglich mal für die Wachposten angebracht worden waren. Und dort stand er. Ein Tevarin. Groß, muskulös, mit gräulicher Haut. Der Tevarin, der ihnen seine Freiheit zu verdanken hatte. So sehen wir uns wieder. Yusuf Asari, sagte Wes Morgan großspurig. Zu diesem Zeitpunkt wurden ihnen Kunststofffesseln angelegt und die Handgelenke verschnürt. Mehrere tevarinische Gefangene aus der politischen Gefangenenstation standen in der Nähe und hielten ihre Waffen fest. In der Tat, antwortete Asari. Was machst du hier, Morgan? Hm, Sightseeing, du weißt schon. Ein paar Fotos schießen und mit den Einheimischen trinken. Hm, solche Sachen eben. Wir sind zufällig hier gelandet, warf Kayla Weirig schnell ein. Die kleine blonde Frau mit den Nylonstrümpfen und ihrer restlichen Kleidung wirkte in der Masse aus blauen und orangenen Uniformen, aus der ihre Gruppe bestand, deplatziert. Aber sie war genauso Teil davon wie jeder andere von ihnen. Ähm, unser Aufzug. Mir ist egal, wie ihr hergekommen seid. Ich will wissen, wo ihr hinwollt. Asaris Gesicht war wie aus Stein gemeißelt. Und sein Akzent ließ ihn die Silben an den falschen Stellen betonen. Wir sind hier und die Piraten da draußen. Niemand steht zwischen uns. Außer euch. Warum? Was sucht ihr hier? Die Novadox, eine Gruppe von Piraten, angeführt von Martin Kilkenny, waren Kannibalen. Sie waren auf der Suche nach einem Gefangenen namens Martin Browning, von dem niemand je etwas gehört hatte. Um ihn zu finden, waren sie bereit, die Station in die Luft zu jagen. Sie schlugen ohne Vorwarnung zu und griffen die Kommandozentrale und die Kaserne mit haarscharfer Präzision an. Aus diesem Grund wurde Kayla Wyrick, die den zivilen Rang eines Lieutenant-Inne hatte, vom OSP-4-Computer zum Befehlshaber befördert. Sie war jetzt die wichtigste Person auf der Station. Und Nyland hatte keine Ahnung, ob Asari sich darüber im Klaren war. Wir wollen hier weg, sagte Morgan einfach. In Nyland zog sich alles zusammen. Was zur Hölle tat Morgan da? Das Letzte, das sie wollten, war, diesen Jungs die Wahrheit zu sagen. Die Tevarin um sie herum grunzten. Alle bis auf Asari. Würde ich dich nicht kennen? Würde ich glauben? Du machst Witze. Wie willst du das anstellen? Morgan nickte in Richtung Herschel Konicek, der immer noch den Krankenhauskittel trug, den er anhatte, als sie ihn aus der forensischen Psychiatrie gerettet hatten. Herbie ist mein Mechaniker. Er wird ein paar eingemordete Jagdmaschinen über die Nyland Bescheid weiß reparieren. Und wir werden sie benutzen, um die Blockade zu durchbrechen. Nyland musste sich auf die Zunge beißen, damit er Morgan nicht anfuhr, ihn zu fragen, was zur Hölle er vorhatte. Asari nahm diese Information gelassen auf. Tss, was lässt dich glauben, dass wir die Maschinen nicht selbst benutzen? Morgan zuckte mit den Schultern. Mit gefesselten Händen wirkte diese Bewegung unbeholfen. Herschel Konicek, der gerade wieder von den Medikamenten runterkam, mit denen die anderen Insassen ihn vollgepumpt hatten, zuckte mit den Schultern und kratzte sich mit den gefesselten Händen hinterm Ohr. Wir haben unsere eigenen Mechaniker. Keinen wie Herbie, erwiderte Morgan stolz. Asari sah Konicek an, der jetzt auf dem Boden kauerte und hin und her schaukelte. Pff, offensichtlich. Einer der Gefangenen im Hintergrund wollte etwas sagen, wurde aber gewaltsam durch einen Tevarin, der ihm brutal seinen Gewehrkolben in die Magengrube stieß, unterbrochen. Nyland war froh, dass er sich nicht zu Wort gemeldet hatte. Wir haben dir das Leben gerettet, sagte Morgan leise. Aber offenbar haben die Tevarin ein kurzes Gedächtnis. Die Tevarin haben ein langes Gedächtnis. Asaris Stirn hob sich. Meine Leute, erinnern sich an die Schlacht von Idris IV. Und wir erinnern uns an den Tag, als Koratai schloss mit dem Theater, Yusuf. Zwei Jahre haben wir Schachzüge auf Papierschnipseln ausgetauscht. Und plötzlich werde ich zum Unterdrücker deiner Leute? Morgan ging zwei Schritte auf Asari zu und jedes Gewehr im Raum richtete sich auf ihn. Er hielt an und seufzte. Niemand empfindet mehr Sympathie für deine Sache als ich. Sobald wir von diesem Stück Müll runter sind, wird das Erste, das ich machen werde, sein, deinen Leuten die Koordinaten der Station zu geben. Und das weißt du! Asari dachte darüber nach, während er jedem seiner Männer in die Augen sah. Schach ist Schach. Aber ich traue dir nicht, Morgan. Lass die Frau hier. Klar doch. Abgemacht. Und jetzt nimm uns die Handschellen ab, sagte Morgan. Nyland ärgerte sich darüber, wie schnell er Asaris Bedingungen zugestimmt hatte. Er hatte Wyrick ohne einen weiteren Gedanken verkauft. Er konnte sich nicht zurückhalten. Wir lassen Kayla nicht zurück! Ein Schlag mit dem Gewehrkolben auf den Solarplexus brachte Nyland schneller zum Schweigen, als er zugeben wollte. Er verkrampfte und fand sich auf dem Boden wieder, wo er darum kämpfte, sich nicht zu erbrechen. Morgens Stimme drang durch das Pochen des Blutes in seinem Ohr nur undeutlich zu ihm durch. Gut gemacht, mein Junge. Die Idee war, sie zu überzeugen, dass Kayla keine wertvolle Geisel ist. Das, sagte Asari, als Nyland sich wieder auf die Beine gekämpft hatte, ist genau der Grund, warum ich dir nicht traue. Die Frau bleibt und du hältst deinen Teil der Abmachung ein. Nein, ich... Ein weiterer Schlag aus dem gleichen Gewehr zwang Nyland zurück auf die Knie. Er wusste nicht, warum er sich wieder einmischte. Sicher, er hatte angefangen, Wyrick während ihres Fluchtversuchs zu respektieren. Aber es war überhaupt nicht seine Art, seinen Hals für jemand anderen zu riskieren. Nicht, dass er egoistisch war. Es war nur so, dass das letzte Mal, als Nyland ein Risiko eingegangen war, jemand gestorben war, der ihm sehr nahe stand. Ein Schwein zu sein, war in der Regel für alle Beteiligten das sicherste. Warum also setzte er sich dann für diese Therapeutin ein? War es, weil er sie bewunderte? Wie sie 20 bewaffnete Männer in der Waffenkammer nur mit dem Klang ihrer Stimme besiegt hatte? Oder war es, weil sie ihm im Serverraum ihr Vertrauen geschenkt und zugelassen hatte, dass er sich mit ihren Daten in das System einloggte? Und das, obwohl sie wusste, dass er den Zugang für seine eigenen Zwecke nutzen würde. Ich bin, mein Gott, lasst mich aussprechen, älte Nyland, als er sah, wie der Gewehrkolben gehoben wurde. Asari sah ihn an und nickte dann der Wache zu. Das Gewehr senkte sich. Sie war diejenige, die dein Leben gerettet hat. Ohne ihre Zugangscodes wären wir alle tot. Trotz allem hat sie nie einen Mann zurückgelassen. Niemanden. Weder Serienmörder, Vergewaltiger, noch einen ehemaligen Quartiermeister mit langen Fingern. Es ist nicht einer unter uns. Nyland sah sich unter den anderen Gefangenen um und sah eine überraschend große Anzahl von ihnen zustimmend nicken. Der sie zurücklassen will. Wenn du und deine Leute jemals erfahren wollen, auf was für einem traurigen Haufen Schrott ihr eingesperrt seid, solltet ihr uns gehen lassen. Soweit Nyland sich erinnern konnte, war das eine seiner leidenschaftlichsten und besten Reden bisher. Asari, dessen Job es als Anführer der Tevarin-Minderheit auf USP4 war, leidenschaftliche Reden zu halten, war dagegen nicht beeindruckt. Oder wir könnten euch einfach alle töten und wären nicht schlechter dran als vorher. Gut, ich bleibe, mischte sich Kayla Wyrick ein. Ich kann weder einen Jäger noch einen Transporter fliegen. Ich war noch nie ein guter Mechaniker und ich werde auch nie auf jemanden schießen. Sie kam auf ihre Füße und obwohl sie mindestens einen halben Kopf kleiner war als die meisten im Raum, schien sie größer zu wirken. Ihr braucht mich nicht, um aus der Station zu entkommen. Nyland wollte protestieren. Nicht, dass sie ihre Zugangscodes gebraucht hätten, um von der Station zu entkommen. Es war eher etwas Persönliches. Zu seinem Glück unterbrach sie ihn, bevor er sich selbst in Verlegenheit bringen konnte. Du hast alles, was du brauchst, um die Jungs dahin zu bringen, wo sie hin müssen. Lieutenant Avery Nyland, denken Sie daran, einen Suchtrupp nach mir zu schicken, wenn das alles vorbei ist. Okay? Und mir nichts, dir nichts ließen sie sie dort zurück. Nyland wartete darauf, dass Morgan, ihr ultrakompetenter Söldner, einen Vorschlag zu ihrer Rettung machen würde. Sobald sie außer Hörweite waren, würde er vorschlagen, durch die Lüftungsschächte zu stürmen oder die Wachen mit Gas außer Gefecht zu setzen. Aber diese Pläne kamen nicht. Stattdessen wurden sie von Asaris Männern zum nächstgelegenen, funktionierenden Aufzug gebracht. Dort mit Maschinengewehren ausgestattet, anstatt mit den Waffen, die sie sich zuvor in der Waffenkammer besorgt hatten, und dann fortgeschickt. Nyland war immer noch wie betäubt, als sie Frachtdeck 1C erreichten, in dem die stillgelegten Hornets und der Ersatztransporter standen, die sie von der Station und vorbei an Kilkenys Blockade bringen sollten. Natürlich war es verschlossen. Und natürlich wies er Morgan darauf hin. Siehst du, das ist der Grund, warum wir Wyrick brauchen. Sie hat alle Sicherheitscodes. Morgan trat von der Türkonsole weg und gab der Tür einen missbilligenden Schlag. Nein, Wyrick ist zu klug dafür. Sie hat gewusst, dass wir ohne ihre Codes nicht weit kommen. Er kratzte sich am Kopf und sah Nyland an. Sie, sie nannte dich doch Lieutenant, oder? Das hatte sie tatsächlich. Sie hatte Nyland zum ersten Mal Lieutenant Avery Nyland genannt. Selbst bevor er verurteilt wurde und sie sich nur flüchtig kannten, hatte sie ihn nie mit seinem Rang angesprochen. Plötzlich traf es ihn wie aus heiterem Himmel. Er hatte die Datensätze seiner Verurteilung gelöscht, und der Computer musste dann automatisch seinen Rang wiederhergestellt haben. Mit einer gewissen Genugtuung trat Nyland an die Türkonsole. Stimmerkennung. Lieutenant Avery Nyland. Passwort? Was nu, blöde Kuh? Einer der Schwerverbrecher hinter ihm brach in Gelächter aus. Und Nyland spürte, wie seine Wangen rot anliefen. Was? Ich mag, wie es sich reimt. Untertitelung im Auftrag des ZMys Aber